Herzlich Willkommen zur Übung von Yoga Nidra, der yogische Schlaf. Lege dich auf deine Yogamatte mit dem Rücken auf den Boden, vielleicht zugedeckt, vielleicht mit einem Kissen. Lass die Arme abseits vom Körper, dreh die Handflächen zur Decke nach oben, lass die Beine locker fallen, streck sie aus. Liege in Shavasana, völlig regungslos. Zu Beginn ein inneres Ohm. Sage dir, ich übe jetzt Yoga Nidra, ich bleibe wach und achtsam, ich schlafe nicht ein. Ich übe jetzt Yoga Nidra, ich bleibe wach und achtsam. Setze dir einen Sankalpa, einen positiven, einfachen Vorsatz oder Wünsch. Dein Sankalpa sollte einfach positiv. Lass dein Sankalpa los. Und wir beginnen mit Yoga Nidra, dem Kreisen der Wahrnehmung durch den Körper. Beginne mit deiner Achtsamkeit bei der rechten Hand. Der rechte Daumen. Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, Kleinerfinger, Handfläche, Handrücken, die ganze Hand. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit zu den Rippenbögen rechts. Die Taille, die rechte Hüfte. Der Oberschenkel rechts. Das Knie, die Kniekehle. Das Schienbein. Die Wade rechts. Der Knöchel. Die Ferse. Fußsohle rechts. Großer Zeh. Zweiter Zeh. Dritter Zeh. Vierter Zeh. Kleiner Zeh rechts. Fußrücken. Der ganze rechte Fuß. Sei mit deiner Achtsamkeit beim ganzen rechten Fuß. Die linke Hand kommt mit deiner Aufmerksamkeit zum Daumen der linken Hand. Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, Kleinerfinger, Handfläche, Handrücken, die ganze linke Hand. Handgelenk. Handgelenk, Unterarm, Ellenbogen, Oberarm, die linke Schulter. Rippenbogen links. Rippenbogen links. Taille. Hüfte. Der linke Oberschenkel. Das Knie, die Kniekehle. Kniekehle. Das Schienbein. Die linke Wade. Der Knöchel. Die Ferse. Die Fußsohle. Der linke große Zeh. Zweiter Zeh. Dritter Zeh. Vierter Zeh. Kleiner Zeh. Fußrücken. Der ganze linke Fuß. Körpervorderseite. Genitalien, Unterbauch, Bauchnabel, Oberbauch. Solaplexus. Die linke Brust. Die rechte Brust. Körperrückseite. Linke Gesäßhälfte. Rechte Gesäßhälfte. Steißbein. Unterer Rücken. Mittlerer Rücken. Oberer Rücken. Linkes Schulterblatt. Rechtes Schulterblatt. Schultergürtel. Der Nacken. Die Kopfhaut. Die Stirn. Augenbrauen links. Augenbrauen rechts. Linkes Auge. Rechtes Auge. Linke Wange. Rechte Wange. Nasenwurzel. Nasenrücken. Linker Nasenflügel. Rechter Nasenflügel. Nasenspitze. Oberlippe. Unterlippe. Der Mund. Das Kinn. Kehlkopf. Hals. Der ganze Kopf. Komme mit deiner Aufmerksamkeit zum ganzen linken Arm. Arm. Der ganze rechte Arm. Beide Arme zusammen. Das linke Bein. Das rechte Bein. Beide Beine zusammen. Arme und Beine zusammen. Der Oberkörper. Der Kopf. Der ganze Körper. Sei aufmerksam und achtsam. Spüre deinen ganzen Körper. Der ganze Körper. Ziehe dich mit deiner Aufmerksamkeit zurück zum dunklen Raum hinter deiner Stirn. Zwischen den Augenbrauen. Bringe deine Achtsamkeit zum dritten Auge. Halte deine Achtsamkeit beim dritten Auge im Bewusstseinsraum hinter deiner Stirn. Spüre wieder den ganzen Körper. Den ganzen Körper. Den ganzen Körper. Seid. Bringe deine Achtsamkeit in den Raum. Sprüche. Sei aufmerksam für dich und den Raum. Erinnere dich an deinen Sankalpa, deinen positiven Vorsatz. Erinnere dich an deinen Sankalpa. Lass ihn los und wir beenden die Übung des Yoga Nidra mit einem inneren, und komm zurück mit deiner Aufmerksamkeit. Fühl dich entspannt, ausgeglichen, wachsam und erfrischt. Die Übung ist beendet. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 verán Neden für ein